Neben den Sattelmodellen mit dem PS-Sattelbaum, den wir bei uns im Haus selbst fertigen, haben wir auch noch einen Kunststoff-Sattelbaum im Angebot. Dieser Kunststoff-Sattelbaum wird aus Aluminium-Spritzgossformen gegossen. Das Material ist ein Elastomer, welches unter Weltraumbedingungen getestet wurde. Der Kunststoff-Sattelbaum, den wir seit 1973 bei uns im Einsatz haben, erfüllt die gleichen vier Kriterien, die wir auch an dem PS-Sattelbaum anlegen. Dazu gehört die Flexibilität in der Längsachse, die schmale Taille, das geschmiedete Kopfeisen und die kurzen Kopfeisenschenkel. Der Einsatz des Kunststoff-Sattelbaums ermöglicht es uns, auch Sättel in einer anderen Preiskategorie anzubieten.